Bevor das Video losgeht, ich habe die Challenge bei dem Luca verloren und verlose damit eine 10er PSN. Schreibt einfach in die Kommentare, Hashtag Luca Knecht, um mitzumachen. Ich werde es dann auslosen und werde als Beweis es Luca schicken, damit keine Komplikationen oder damit sich keiner unfair behandelt fühlt. Und jetzt viel Spaß bei dem Video. Wer günstige PSN-Karten, Xbox Live-Karten oder andere Games sucht, kann gerne durch den Link in der Beschreibung bei unserem neuen Partner MMOGA vorbeischauen. Vielen Dank, viel Spaß. Wir sind einfach drin, Alter. Warum? Mir ist so schlecht, Mann. Ach komm. Echt, guck mal, ich hatte hier noch irgendwas fest, Alter. Ja, Digga, muss man auch nicht, aber es dreht sich. Ja, du, Freunde, naja, jetzt geht's los hier. Ach, es geht jetzt was los, Alter. Warum? Warum mache ich so was? Nein! Warum? Warum? Oh, mein Gott. Das ist so geil, Mann. Das ist so geil. Oh, das reicht doch wieder. Oh, das reicht doch. Oh, das reicht doch. Oh, das reicht doch. Guckst du, oh. Ey, Papa, dein Handy soll da ist. Der war doch geil, oder? Komm, der geht's. Hey, Mann. Komm, war geil, Mann. Das ist der, Mann. Komm, Daumen hoch, komm, Felipa, Daumen hoch. Erste Mal. Daumen hoch, für Luca, das erste Mal, Alter. Dafür, dass ich mir das angetan hab, Mann. Dad, geh halt wie so ein Mädchen, Alter. Das ist nicht wahr. Ich hab das männlich hingenommen. Echt? Ja. Okay. Bin grad ein bisschen stolz auf mich. Also ihr könnt es selber bewerten, ne? Das wird nicht reingeschnitten. Leute, für die Leute, die sagen, ich laber zu viel, ne? Dieser Typ, Alter, der hat mich einfach übertroffen, Mann. Ich brauch danach, Alter, einen Psychiater. Aber Leute, guckt euch das an, Alter. Kennzeichen wollen wir nicht sehen, ne? Darf man nicht? Das ist egal. Hab ich es mir aber auch schon gepostet. Aber ist schon Maschallah, ne? Wenn ich mit Rex bin, mit Mensa, jetzt hier mit Audi. Nur ich fahre ein Opel Kadett, Alter. Ist doch geil. Ja, klar. Ist geil. Spannende Musik Spannende Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Jawohl, der Meister hier ist schon am Arbeiten. Wir gehen jetzt live gleich. Ich werde dann die besten Ausschnitte in den Vlog reinmachen. Leute, einfach Propeller-Mütze am Start. Damit stream ich heute. Hier wird gezaubert. Echt nice. Wirklich, wirklich nice Zimmer, Bro. Muss ich ehrlich sagen. Es wird spaßig. Wir haben Bock. Wir freuen uns richtig. Auf jeden Fall, wie gesagt, Leute, lasst einen Daumen, lasst einen Follower, kommentiert. Eskaliert mal. Folgt diesem Macher auf jeden Fall. Richtiger Ehrenmann. Genau so habe ich ihn mir vorgestellt. Und lustiger Typ. Geiler Typ. Und wir sehen uns dann im Stream. Abschnitte schneide ich dann rein. Jawohl. Jetzt können wir das nicht skippen, Alter. Ich muss schon wieder mit Klopapier... Dann ist nichts aktiviert. Service. Gut, ich hoffe, du verlierst. Nein. 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 Mann. Ja, Mann. Ich habe das nicht verdient, Mann. Das ist scheiße, egal. Junge, Alter. Ey, das kannst du noch verwenden, Digga. Was verwenden? Klopapier. Halt die Fresse, Digga. Das ist aber schön, ich habe die weggeworfen. Ja, dann müssen wir alles löschen, ne? Ja, Babybrei. Ja, Babybrei. Ja. Ja, Babybrei. Ey, ich quitte von heute. Davor hatte er Angst. Genau das wollte er nicht. Ja. Ah, Mann. Komm. Guck mal, ich nehme. Guck mal. Ich bin fair, Digga. Guck mal, das ist gar nichts. Aber ey, ich... Stell dir vor, du müsstest drei davon essen. Ich mache den Cheatcode. Ich halte Nase zu, ja? War was du willst, Digga. Digga. Ich bin mir da... Warte mal. Gib das Klopapier nochmal. Ich höre... Ohne Scheiße, das ist so eklig, Mann. Du willst du kotzen gleich danach, oder? Ich weiß nicht, ob ich muss, Alter. Ich liebe einmal den Stern. Bio-Rindfleisch-Zubereitung. Ohne Witz, ne? Bio-Rindfleisch, Alter. Das ist so eklig. Du willst du davon? Dann übertreib'n, ich sag' keine Pussy, Alter. Krieg nach. Es geht nicht runter, Digga. Ich kurz... Krieg nach. Es geht nicht runter. Krieg nach. Aber es bleibt trotzdem. Drop noch. Bitte guck in die Kamera. Geil, geil, geil. Geil. Feier ich. Wenn du das noch mal ein viertes Mal bekommst, machst du das nicht, Digga. Das Kreis 4-Eck-Tauschen. Das ist doch viel zu easy. Nein, nein. Okay, ich darf dich also abfacken. Okay, er darf mich abfacken das ganze Spiel lang. Digga, ich seh nix, Mann. Bruder, ich mach jeden Samstag, mach ich den Monitor sauber. Und ich will das jetzt nicht nur, weil ich Besuch hab, jetzt warten lassen, weißt du? Ich schwöre das so ehrenlos. Ohne Witz, Mann. Er ist so ehrenlos, ich schwöre. Was machst denn du hier? Ich wollte gerade nur meine Boxershot aufhängen an dem Stuhl. Guck mal, guck mal. Jetzt bist du auf einmal da. Ja, ich hab kassiert. Bist du glücklich? Ich hab kassiert. Bist du glücklich? Ja, bin ich. Ja, bist du glücklich? Ich bin sogar sehr glücklich. Jetzt siehst du aus wie Moneyboy. Hey, Moneyboy hat vor zwei Tagen ein neues Lied rausgebracht. Wollen wir uns das zusammen anschauen? Neue Lied von Moneyboy, kennst du schon? Scheiße, geil, Mann. Das ist übel geil, Bruder. Guck mal. Guck dir das Musikvideo an. Das ist krass. Jungs, guck mal, das Musikvideo. Das ist heftig, Alter. Es ist nur ein Standbild, aber ich würde es echt genießen, das anzunehmen. Oh, Dicke. Bist du auch so müde wie ich? Dehnübungen sind. Mach immer vor dem Schlafengehen meine Dehnübungen. Oh, Dicke. Oh, Dicke. Oh, Dicke. Oh, Dicke. Oh, Dicke. Oh, Dicke. Ey, Bro, sicht nicht, Bro. Ich schwör, das ist scheiße, Mann. Was soll ich sonst machen? Guck mal, jetzt hab ich kassiert wegen dir. Ey, sicht das scheiße. Ey, Bro, kann ich nochmal kurz durch? Ich muss ganz schnell nochmal durch. Warte, ich nehm dich einfach kurz mit. Das sollte, glaub, kein Problem sein für dich. Dicke, ey, Dicke, Alter, das zählen los, Mann. Komm schon. Er schiebt mich einfach weg, Alter. Guck mal, Alter, ey, Bro, Alter, ey, das scheiße, Mann. Ja, ja, ja. Er schiebt mich einfach weg, Dicke, ey, das zählt nicht, Alter. Ja, doch, das zählt. Er schiebt mich einfach weg, Alter. Ja. Dafür, jetzt nix hartes. Das ist geil, das ist genau das, was wir gesagt haben. Was, hä? Nach deiner Meinung. Der ist so behindert, ne? Der lacht über seine eigenen Witze, die überhaupt nicht witzig sind. Ich schwöre. Ja, Mann! Ja! Ey, Mann, der fuck mich so ab, Alter, und ich muss hier noch tanzen, Alter. Ich unterstütze dich doch. Ich hab richtig krien, ne? Ich schwöre. Jetzt geht's da raus, komm. Ciao! Den hast du, Digga. Den hast du, Digga. Mach 3, 2, 1, dann zähl runter. Ich weiß nicht, wie fest ich machen soll, Alter. Verträgst du was? Ja, mach einfach. Okay. 3, 2, 1. War der okay? Oder war der zu lahm? Der Verlierer kriegt einen Kuss oder alles? Digga, der will mich küssen einfach. Ich mach nur Spaß, der will direkt, Alter. Heftig, Alter. Ja, ja, ja. 3, nicht auf die Hand, ne? Und nicht Eier. Nein, ich mach so. Okay, okay, okay. Mit, Digga. So, so. 3, Ja. 2, 1, Ah, Ah, Digga. Ah, Das war nicht doll. Guck mal der Strich, Digger. Ohohohohohohohohohohohohohohohohoho. Aber ich hab voll Glück gehabt, ne? Warum? Weil du hast... War nicht kompletter Schlauch, ne? Du hast nur so viel vom Schlauch gebraucht. Alter, aber bitte, guck mal, wie rot das wird. Zeig das doch mal, Digga. wo sind wir hier gelandet alter was ist hier los leute hier ist einfach so ein umzug seit drei stunden wir haben nur zwei stunden gepennt ich heule voll sieht ihr das man ich heule das könnte ja keiner zählen an einem sonntag einfach fern tradition bei denen ich verstehe die tradition nicht das kannst du kein erzählen was hast du vorhin gesagt mit den kostümen die basteln sich zwischen kostümen und so wegen und holen sich drommeln und bereiten sich ein jahr lang drauf vor für diesen einen moment um uns jetzt auf die eier zu gehen nur wenn wir bis 5 Uhr gestreamt haben das geht drei stunden so gerade ich glaube es geht heute ganz lange warte mal es ist 11.30 Uhr wir haben um 8 Uhr angefangen war ein 9? 8 so was ich kann das nicht mehr ich kann das nicht mehr ey das ist deren Pflicht ne was? das ist deren Pflicht ne wer verpflichtet sich denn zu so einem scheiße Ding guck mal die an guck mal was haben die da dabei was haben die da guck mal das Ding da ins Haus was haben die da dabei die gucken schön zu Digga einfach ein Haus da alter was machen die da drin was hast du nochmal gesagt mit dem winken mit den leuten ja ich habe das jetzt mal ein stück weit beobachtet und analysiert und bin zu dem entschluss gekommen dass da mehr leute bei diesem umzug mit laufen als dass die überhaupt einen zuschauer haben ich meine die laufen und winken am straßenrad aber da steht gar niemand da steht einfach keiner wo die manchmal hinwinken Digga das macht doch keinen Sinn ey bitte bitte guck mal die Digga einfach mit Trompeten alter und wie bei jedem darf sich Trommel wieder nicht werfen richtig schön abfall das erste Wort wo ihr hier rüberkommt du musst hier weg machen ich muss hier weg ich muss hier weg ey weg mal 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 weg weg mal weg ey das war es jetzt ne dem Wochenende richtig ich habe gesagt du kannst noch länger da bleiben dieser Umzug der das war war die krönung ne das ist gebrochen ja ich glaube ich gehe jetzt weiter schlafen Auf jeden Fall, war geil. Danke für alles, ne? Ich gefreut, dass du da warst. Hast du jetzt einen Knacks weg oder was? Ich? Ja. Ein bisschen, ne? Definitiv. Brauchst einen Therapeuten jetzt, ne? Ja. Das Ding ist, ich dachte so, am Anfang wärst du normal, ne? Ey, du bist tausendmal schlimmer, Alter. Im Stream fängst du an, die ganze Zeit nur noch über Eier zu reden, Alter. Ja, ja, ja. Wie er wieder manipulieren will, Alter. Hast du schon von Rex gelernt, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. War sehr lustig. Und, ja. Wir sind dann raus, ne? Bis zum nächsten Mal. Lasst den Like da. Und ein Abo da. Und, ja. Wir sind raus, Alter. Der ist gebrochen, der ist im Loch, Alter. Ich schwör, ich schwör. Und, ja. Bei uns. Auf jeden Fall. Tobiasriver 같아. B stability. B Und mie IR. Und die Konk Superman. Oh, wieieht. Bis zum nächsten Mal.